ein herzliches willkommen zur liebeslegung mit ella für den monat april wir schauen mal was uns diesen monat in sachen liebe so erwartet und ich stelle euch die karten vor das sind die karten die ich nur für die liebeslegung verwende die botticelli karten von athanas alexandrov athanasov dann haben wir das tarot of sexual magic von laura touren und gezeichnet von mauro de luca zur klärung haben wir die ganz normalen rider weight tarot karten dann haben wir weisheitskarten für alle lebensentscheidungen das in sachen beziehungen und wenn es zu klären gibt oder vielleicht noch für extras haben wir das leno modek das gildet riverie leno modek von chiro machetti wir schauen uns das an und ich hoffe dass natürlich in sachen liebe viel schönes drin ist im monat april der frühling beginnt und ich wünsche allen eine gute gesundheit und natürlich dass allen lieben gut geht dann schauen wir uns mal an was wir für den monat april so haben bis gleich ein herzliches willkommen lieber krebs zur tachoskop legung mit ella für den monat april in sachen liebe wir schauen uns an was im monat april das thema für dich und das thema partnerschaften bedeutet und was du da vielleicht beachten solltest wir gucken uns das an allgemeine legung und ich hoffe hilfreich für dich so was ist das thema im monat april die liebenden passt ja wunderbar wustern und so weiter kuscheln momentan sowieso angesagt bei dir haben wir die neuen der münzen das ist auch so ein bisschen unabhängigkeit und freiheit und das finde ich ganz gut dass du deine eigenheiten deine bedürfnisse so ein bisschen in den vordergrund stellst dass du natürlich für sicherheit und stabilität sorgt mit der erdenergie sehr schön bei deinem gegenüber haben wir die vier der stäbe und das ist auch haus heim umgebung also ich denke es wird im april sehr in bezug auf familie auf partnerschaft kuschelig man ja ist zusammen und genießt die zeit auch und so machst du das genau richtig ihr harmoniert mit den zwei der stäbe die zwei der stäbe ist immer so eine tendenz wo man hin will was man tun möchte vielleicht plant ihr auch schon für die zeit darüber hinaus wenn du single bist kann das natürlich auch sein dass du dir überlegst was mache ich denn wenn ich wieder mich frei bewegen kann und unter leute gehen kann wo gehe ich hin was mache ich wen treffe ich und vielleicht ist das auch so ein bisschen die bemühung die kontakte aufrecht zu erhalten was ja auch schön ist in partnerschaften natürlich wie gesagt wir planen gemeinsam wir wollen irgendwas dann im nachhinein schönes tun und das ist richtig so vielleicht einfach mal spazieren gehen rausgehen also nicht nur in den vier wänden dann haben wir worauf du achten solltest das ist die fünf der münzen die fünf der münzen ist ja immer der rückzug dass man sich so ein bisschen einigelt und so und das sollte man nicht tun dass man sich total einigelt es ist ja momentan so dass man nicht anders kann aber man kann natürlich auch kreativ werden und die dinge in bewegung halten auch die kontakte am leben erhalten und dann ist natürlich auch deine initiative gefragt das zu tun und dass ihr das gemeinsam tut also bitte möglichst nicht total zurückziehen der ratschlag ist die fünf der schwerter die fünf der schwerter ist ja immer so konflikt aber es bedeutet auch gespräche es bedeutet auch unangenehme themen zu besprechen was eben nicht so angenehm ist was man anders haben möchte ich sehe dich da als neuen der münzen dass du wirklich auch mal deine bedürfnisse äußerst und sagst was du möchtest wir haben die liebenden und das ist dann auch so ein bisschen die veränderung die positive veränderung die du herbeiführen kannst durch deine äußerung die will wie gesagt nicht immer angenehm sind aber wir haben als ausgang gerechtigkeit es geht um fairness und fairness ist natürlich auch gerade in einer guten partnerschaft vorhanden und wenn da was unklar ist sollte man wirklich auch in ruhe und liebevoll darüber sprechen und die tendenz ist ja auch man überlegt wie man dinge angehen kann verändern kann und dein gegenüber ist eben auch darauf bedacht dass das alles harmonisch verläuft und sich entwickelt das ist sehr schön lieber krebs so wir gucken mit dem zweiten kartendeck was haben wir bei den liebenden die neuen der kelche die wunscherfüllung und die wunscherfüllung ist ja nur möglich wenn du auch sagst was du möchtest dein gegenüber natürlich auch wenn man sich dann in der mitte trifft so dass jeder so ich sag mal zu seinem ziel kommt ja man kommt sich auf halbem wege entgegen bei dir haben wir die neuen der münzen das ist eben dass du deine bedürfnisse deine belange auch berücksichtig ist und daran arbeitest dass die auch gehör finden und mit den drei der münzen bist du eben auch kompromissbereit zur teamarbeit ja und das finde ich sehr sehr schön ich denke dass du durch die gespräche die vielleicht auch unangenehme themen betreffen wirklich auf deine kosten kommst tatsächlich eben in liebevoller freundlicher art dein gegenüber hat den eremiten das ist so diese karte ich muss mir was überlegen ich will mir was überlegen ich gucke was ich dazu beisteuern kann das ist auch erd energie pragmatisch kann natürlich sein dass dein gegenüber überlegt was er oder sie eben noch dazu beisteuern kann ein bisschen zeit lassen natürlich klar man muss ja nichts übers knie brechen nichts überstürzen aber eben es soll darauf geachtet werden dass nicht der totale rückzug daraus erfolgt ja wir haben die zwei der stäbe das ist eine tendenz das ist dass wir harmoniert und die zwei der münzen das heißt ihr habt das noch nicht ganz ausgelotet im april oder du als single hast es noch nicht ganz ausgelotet was du machen willst aber du hast zeit dir das zu überlegen und ich denke dass wir auch noch ein bisschen zeit dabei dazu haben für uns selbst erstmals überlegen wo wir hin wollen so die fünf der münzen das ist worauf du achten solltest dass es eben nicht der rückzug wird also dass man eben sich nicht total zurückzieht und die acht der stäbe ist eben das was ich auch sagte dass man auf andere auch ruhig kommunikativ zugehen kann dass man eben auch so ein bisschen ja die initiative ergreift also einfach mal jemanden anruft wie geht es dir was machst du und so weiter das ist auch sehr wichtig gerade in solchen zeiten dass man eben nicht nur den draht verliert zu anderen auch wenn die anderen das vielleicht nicht tun aber du bist da mit den karten auch dazu aufgefordert nun haben wir hier den ratschlag auch über unangenehme dinge sprechen und da haben wir noch den mond und der mond ist ja dein planet sozusagen da gehört der krebs dazu sensitivität aber auch stimmungsschwankungen und das heißt auch dass du tatsächlich auch mit dir selbst ins gericht gehen soll es natürlich nicht hart aber dir selber auch eingestehen sollst naja ich bin ja auch von meinen stimmungen ziemlich abhängig und vielleicht ist das für manche zuweilen auch mal zu viel ja dass man eben ja übertrieben hat zu dramatisch war das kann passieren und dass dir das klar ist und dass du dann auch bereit bist daran was zu ändern aber auch bei deinem gegenüber vielleicht hat auch dein gegenüber was in den falschen hals bekommen das kann natürlich auch sein also der mond ist sich mit den positiven und negativen sensitiven eigenschaften zu befassen und darüber zu sprechen es ist vielleicht nicht ganz angenehm darüber nachzudenken zu sprechen aber es bewirkt etwas positives nämlich fairness untereinander und da haben wir auch den knabe der schwerter das ist eben auch kontaktaufnahme das sind gespräche das sind auch informationen die man von sich aus weiter gibt oder erhält vom gegenüber das ist sehr schön weil dadurch erfährst du ja mehr darüber wie dein gegenüber tickt beziehungsweise wie dein gegenüber das auch auffasst was du sagst und tust und was deine stimmungen betrifft ja schauen wir jetzt mal was wir in der partnerschaft für den krebs als orakelkarte haben in bezug auf beziehungen da haben wir chaos und konflikt das ist die nummer 33 ich schaue mal was das bedeutet chaos und konflikt heißt ja nicht dass es so ist sondern dass man daraus eine lehre zieht dass man was daraus umsetzen kann verändern kann wir schauen mal die grundbedeutung der karte ist durcheinander missverständnis und widerstreit spannung der gegensätze der vorrang des chaos gegenüber der ordnung und in beziehungsbotschaften steht drin mit einer verboten haltung bleibst du im widerstand stecken ein konflikt für den du dir aus tiefstem herzen eine lösung wünscht bleibt durch deine ständige rechthaberei bestehen dennoch ist dies eine gute gelegenheit mehr über dich zu erfahren wie du dich selbst wahrnimmst was für dich wert hat und was was dir wirklich wichtig ist wenn es zutrifft dass manche dinge nicht verhandelbar sind dann brauchst du darüber keine debatte zu führen gelingt es dir durch die aufwühlenden emotionen hindurch den weg zu einer höheren betrachtungsebene zu finden bald wird die luft sich klären und du wirst an einem weit besseren ausgangsort sein als zuvor der sich legende sturm macht den blick frei auf einen neuen weg der ein weiterkommen möglich macht es kann eine spannende und erleuchtende zeit werden wenn du sie konstruktiv für dich nutzt ja im endeffekt ist das auch nichts anderes als was ich dir gesagt habe man kommt sich näher durch offenheit durch klärung von unangenehmen themen konflikten die vielleicht in der vergangenheit zu missverständnissen geführt haben miss verstehen heißt es ja mit meinem grunde und ich denke dass du da eine konstruktive phase hast im april wo du da so ein bisschen über den tellerrand guckst wo du so ein bisschen auch merkst dass dinge vielleicht auch falsch angekommen sind dass du sie vielleicht gar nicht böse gemeint hast oder dein gegenüber auch das kann im umgekehrten fall natürlich auch der fall sein dass man jetzt die möglichkeit hat diese dinge ein für allemal zu klären und ein stückchen weiter zu kommen und das ist ja nicht schlecht wir haben ja hier informationen gespräche und fairness und das ist sehr schön gerade in beziehungen offenheit und konfliktbewältigung jetzt habe ich noch eine karte gezogen eine schutzbotschaft in sachen beziehungen auch im monat april weil wir ja gerade in dieser merkwürdigen situation sind und dann habe ich hier für dich die nummer 52 reparaturarbeit also man begibt sich dahin dass man dinge klärt dass man dinge ja auch besser macht vielleicht auch da etwas herauskommt was wichtig ist für alle beteiligten ich muss mal eben suchen den text für die karte die grundbedeutung ist vergebung wiedergutmachung versöhnung nach einem streit und die schutzbotschaft in diesem bereich lautet ein gebrochenes herz ist ein seltsamer seelenheiler im kummer lassen wir unsere masken fallen und senken den schild hinter dem sich unser ego in seiner abgrenzung gegen über der welt verschanzt ein schmerzhafter verlust bewirkt dass wir uns wieder als teil eines größeren plans begreifen wir öffnen uns der sympathie und empathie und werden uns im augenblick der wehrlosigkeit unserer abhängigkeit von anderen bewusst wir fühlen uns wieder eins mit dem größeren ganzen das leiden ist teil des lebens und niemand ist dagegen gefeit kannst du diesen verlust diesen schmerz diesen missklang als einen weg erkennen der dich zum göttlichen ursprung zurückführt lass den kummer dein herz aufbrechen du wirst nicht im stich gelassen sondern wirst geliebt jetzt mehr denn je das göttliche prinzip wird dich nicht dem gefühl der einsamkeit überlassen eines tages wirst du zurückblicken und diese wahrheit erkennen ich finde es sehr schön das bedeutet dass du jetzt in dieser frustphase die wir alle durchleben einen einblick bekommst und zeit geschenkt bekommst in der du zum beispiel chaos und konflikt für dich lösen kannst vielleicht auch in der partnerschaft oder in deinem blick für die umgebung für die menschen auch wichtig dass du dich als teil des großen ganzen siehst das finde ich auch sehr schön dass du mit anderen verbunden bist auch wenn ihr nicht körperlich beieinander seit zum beispiel also sehr schön und es ist halt die phase die du konstruktiv nutzen kannst für dich du kannst große einblicke gewinnen und das finde ich auch sehr schön und das ist teil vielleicht des göttlichen plans dass wir uns alle wieder bewusst werden dass wir doch voneinander abhängig sind und dass wir einander brauchen und das muss ja auch nicht schlecht sein das kann ja auch sehr schön sein und deswegen finde ich das ganz gut und wir haben ja auch hier kontaktaufnahme und fairness und wir haben das bewusstsein dass wir geliebt werden und das ist doch wunderschön mein lieber krebs diese schöne botschaft gebe ich dir mit auf den weg für den april ich hoffe du kannst da möglichst viel mit anfangen viel für dich umsetzen verändern positiv und dann auch ein bisschen kraft daraus ziehen ja diese zeiten gehen auch vorbei und dann wird es wieder ein bisschen offener und beweglicher sage ich mal aber im moment ist es halt auch eine möglichkeit diese zeit ja wirklich produktiv zu nutzen für dich persönlich und natürlich im kontakt mit anderen ja viel erfolg dabei ich bin gespannt ob und was du mir bericht ist ich würde mich freuen und dann sehen wir uns wenn du magst im monat mai wieder alles liebe für dich und bis bald lieber krebs bevor wir es vergessen wir haben auch noch eine leno mo karte für dich für den monat april und wir haben die lilien die lilien ist eine schöne karte bedeutet auch körperliche liebe zuwendung partnerschaft also es wird alles positiv bestrahlt und ich denke dass du daraus etwas schönes für dich und deine partnerschaft oder potenzielle partnerschaft wenn du single bist auf jeden fall machen kannst und sollst ja nutze diese gelegenheit ja positive energien für dich umzusetzen zu äußern und dann natürlich auch deine wünsche zu äußern was du möchtest in der partnerschaft von deinem partner das wirklich auch ja rüber zu bringen und dann im monat april entsprechend zu genießen also mach was daraus ja 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 ja